Hallo zusammen, wir sind mal wieder die Aussätzigen Zauberer und das ist eine weitere Episode unserer Serie Datenschutzgrundverordnung, in der wir das Ziel verfolgen, die 173 Erwägungsgründe kurz zu sprechen, kurz zu erklären, zu knacken. Ja, und wir sind schon fast am Ziel, weil wir sind beim Erwägungsgrund Nummer 7, der da lautet. Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärentären und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit ist, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im Binnenmarkt weiter wachsen zu können. Natürliche Personen sollten die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen, natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten in rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit verfügen. Das ist kurz und knackig in drei Sätzen formuliert diesmal, aber auch schwierig, deswegen ja, jetzt eine kleine Erklärung. So, als erstes mal die Auflösung des kohärenteren. Also es steht dann da drin, ich versuche es jetzt nochmal, diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und klar durchsetzbaren Rechtsrahmen. Aber wie kamst du jetzt auf kohärenteren? Naja, das sind ja Wörter, die kommen nicht allzu häufig vor, aber kohärent war tatsächlich mal ein Unix-UI, das Betriebssystem, so in den 80er, 90ern. Williams hat das mal rausgebracht, das war eine Firma, eine kleine Firma, ein paar Leute in den USA, hast du damals auf vier, fünf Disketten gekriegt. War ein komplettes Unix, gab es auch keine grafische Oberfläche, noch vor Linux, lange vor Linux, war das einzigste, was du kriegen konntest, was bezahlbar war. Das hast du für ein paar Dollar, konntest du das bestellen und lief auf allen 386er Prozessoren. Hab ich noch irgendwo im Schrank, hab ich mir da noch rumfliegen. Also, wie gesagt, aber hier steht dann kohärenteren. Ist das dann die Steigerungsform oder die, ach, ich in Grammatik. Das ist dann die nächste Version, V2O, weißt du. Genau, aber wer weiß, wer weiß, wir müssten jetzt mal in den englischen Text gucken, wer weiß, ob sie da nicht ein Easter Egg eingebaut haben und da nur nichts formuliert hat. Ja, nee, das ist, nee, da steht more coherent, ja. Okay, more, davor, okay, mehr kohärent, also kohärenteren, die Steigerungsformen. Genau. Okay, naja, dann versuchen wir da mal weiter zu erklären. Also, zunächst einmal der Begriff Kohärenz erklärt. Vor allem im Zusammenhang mit der Europäischen Union, denn da gibt es den in mehreren Zusammenhängen. Das heißt, das ist ein Konzept, dass alle Organe, das sind die beteiligten Stellen, bei ihren Handlungen zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es jetzt Aufsichtsbehörden gibt, zum Beispiel im Datenschutz in verschiedenen Ländern, dann ist es wichtig, dass die zusammenarbeiten und in die gleiche Richtung, damit dieser Rechtsrahmen, also die Vorgaben, eingehalten werden können. Und deswegen sagt der Erwägungsgrund, es ist wahnsinnig wichtig, die Zusammenarbeit zu regeln, damit gemeinsam hier eine Kontrollinstanz geschaffen wird. Und damit die Aufsichtsbehörden, die die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz überprüfen, damit die im Sinne der Personen handeln und damit es natürlich auch nachvollziehbar ist und irgendwo transparent ist, damit es klar ist, hier gibt es jemanden. Und es gibt Vertrauen dazu, dass diese Aufsichtsbehörden im Datenschutz, bei dem Beispiel, die Einhaltung kontrollieren und darauf hinwirken, dass das auch sicher umgesetzt wird und zum Beispiel auch Verstößen nachgehen, Strafen aussprechen und so weiter. Und damit wird auch Handlungssicherheit geschaffen, denn es wird auch eine einheitliche Vorgehensweise durch diese Abstimmung, zum Beispiel in Kohärenzverfahren, gemeinsam Ziele festgelegt, gemeinsam Prüfkriterien festgelegt, Empfehlungen ausgesprochen, Vorgaben gemacht. Das ist also das, worauf dieser Erwägungsgrund hinzielt. Nach der Handlungssicherheit liegt im Satz 2 der Schwerpunkt auf dem Betroffenen. Da steht nämlich, natürliche Personen sollen die Kontrolle über ihre eigenen Daten besitzen. Das findet man dann auch in der DSGVO wieder. Zum Beispiel gibt es da das Kapitel 3 mit den Rechten der betroffenen Personen. Dort gibt es quasi die Abschnitte, Transparenz und Modalitäten. Das heißt, wie kann man die Rechte ausüben? Dann gibt es die Informationspflichten und das Recht auf Auskunft zu den personenbezogenen Daten. Dann gibt es das Thema Berichtigung und Löschung im nächsten Abschnitt. Und zwar falsche Daten oder fehlerhafte Daten berichtigen zu lassen, aber auch das Recht auf Löschen mit dem Artikel 17, der auch genannt wird, Recht auf Vergessenwerden. Und dann gibt es das Widerspruchsrecht und zwar, wenn man eine Einwilligung widerruft zum Beispiel. Das Widerspruchsrecht bezieht sich auch auf Einwilligungen zu Zwecken oder den Verbot einer weiteren Verarbeitung, nachdem sich Grundlagen oder andere Rahmenbedingungen verändert haben. Und dann gibt es noch eine Festlegung zur automatisierten Entscheidung und zwar beim Thema Profiling. Das bezieht sich hauptsächlich darauf, wenn der Betroffene jetzt direkt nicht dieser Art eingewilligt hat, aber dennoch auf Grundlage seiner Datenentscheidungen getroffen wurden. Das ist aber dann ein Thema, was später in den Erwägungsgründen um die 70 rum auch wieder aufgegriffen wird. Also nochmal zur Zusammenfassung, die Entscheidung über die Datenverarbeitung oder die Kontrolle über die Datenverarbeitung, die liegt beim natürlichen Personen. Spannend ist hier, dass die juristischen Personen hier ausgenommen sind auch. Das heißt, es gibt ja ein paar so Dinge, zum Beispiel im Umfeld der Telekommunikation, wo die Datenschutzregelungen auch auf juristische Personen angewandt werden. Die werden aber grundsätzlich immer anders betrachtet. Und letztendlich weist der dritte Satz darauf hin, dass das Ganze eine Sicherheit geben soll und zwar Handlungssicherheit für natürliche Personen, den Staat, die Wirtschaft, also Privatunternehmen. Und zwar in Richtung rechtlicher Hinsicht, aber auch in der Praxis, also wenn man jetzt wieder auf das Thema Kohärenz geht. Diese Entscheidungen sollen eindeutig sein und sollen Handlungssicherheit geben, auch wie ist eine praktische Umsetzung. Denn es liegt auch in der Kompetenz der Datenschutzaufsicht, Vorgaben zu machen, wie etwas in der Praxis ausgelegt werden soll. Ja, das war jetzt soweit der Erwägungsgrund Nummer 7. Und haben wir was vergessen? Das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Macht's gut. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bleibt gesund. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen, wesensiedige Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.